Gut, Sie haben überhaupt keinen künstlerischen Wert. Das ist aber gemein. Sie sind ein lausiger Schriftsteller, billiger Horror und großkattiges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Wir müssen immer noch zum Leuchtturm gehen. Also gehen wir zum Leuchtturm. Die Leertaste sprengen. Okay. Sie haben den Termin verpasst. Angreifer ausweichen. Mit Umschalt und... Gut gemacht. Noch einmal. Weichen Sie aus. Aua. Es knarzt. Erfolgreiche Auswege werden manchmal an einer Filmsikenswert werden. Oh, ich komme weiter. Das sieht ja nicht sehr vertrauensweckend aus. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Dann renne ich mal. Woa. Was ist das? 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 Verdammt! Aua! Dem Licht nach. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Alles klar. Bleiben Sie in Sicherheit, bis Sie vollständig geheilt sind. Wer bist du? Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Nein. Zum Licht? Alter, was geht hier? Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Nur schläft sie. Wenn sie später kommen, wird sie erwachen. Es ist blödlich Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkeln kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteilen und ihn wieder verfundbar machen. Er die Lampe. Nehmen Sie die Lampe. Nehmen. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Richter Maustaste, um das Licht zu versterben. Batterien einsetzen. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gelettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist Ihr Feind. Nehmen Sie die Waffe. Meine Waffe ist gut. Jetzt sterben Sie! Hui. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Alter Schwede. Ein Traum. Der Leuchtturm übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sicherer Ort auf Erden. So, noch ein bisschen mehr Mund mitnehmen, zur Sicherheit. Nachgeladen? Okay. Das Verstärken des Lichts mit rechter Maustaste. Blendet Feinde und verbrennt die Dunkelheit schneller. Okay. Sie haben mich geschafft und jetzt werden Sie töten. Na komm. Yes! Boah! Hab ich mich gerade veruracht. Na. Wichtig. Keine Batterien mehr. Fuck. Ich bin, nicht der Sie. Ich bin, den Sie barzieren. Ich bin, den Sie zuerst. Ich bin. Sch aufte, die Sie sind. Was ist das? Ich bin ein, dass Sie. Ich bin, der Sie. Oh Gott, das ist mir da. Auf dem Laufen, 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 Laufen Damit kann ich ewig weitermachen! Fuck Jetzt aber laufen Woah Alter, au Woah BAM Ja, schnell rein da, oder? Boah, bin ich hier sicher, oder was? Boah! 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 Er ist hier. Scheiße. Mach raus. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Das war ja schon mal ein heftiges Intro. So Leute, ganz kurz eine kleine, winzig, winzig, winzig kleine Pause. Kurze Frage an euch. Sind die Sounds so weit von der Lautstärke in Ordnung? Oder muss ich dann noch ein bisschen was dann ändern? Muss ich mich leiser machen? Muss ich das Sound lauter, das Game lauter machen? Sagt mir bitte ganz kurz bitte Bescheid, ob das so gut ist, ob das für euch so in Ordnung ist oder ob sich da noch ein bisschen was verändern sollte? Gut, wie gesagt, passt. Das freut mich. Sehr schön. Und wie waren so die ersten Minuten, die ersten Erfahrungen für euch? Das möchte ich auch gerne wissen. Das wäre super. Captain sagt auch, okay. Strummi sagt, das ist okay. Wunderbar. Das freut mich. Dann würde ich sagen, können wir so weiterspielen, oder? Dann machen wir so weiter. Wie gesagt. Ja. Welcome to Bright Falls. Hier ist es die vor, Night Falls. An der Brücke. Ja, ne? Ah. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herren. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Okay. Ich sage dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Sieht das schön aus? Wir sollen uns für Alice positionieren. Hey Alice. Wo soll ich denn stehen für dich? Alan, bevor es zu spät ist. Ja. Oh, ein Wasserflugzeug. Wie schön. Moin. Hallo. Schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In zwei Wochen ist Hirschfest. Hirschfest. Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Mayne. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Komm ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Mayne, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Ja, danke gleichfalls. Also Stromi wird es leider nicht spielen. Ich weiß auch nicht genau, auf was ich mich hier einlasse gerade. Ich bin froh, dass es jetzt mal nur ein Traum gewesen ist. Aber wenn er schon so losgeht, Hammer. Übermächtige, mysteriöse Wesen. Aber hübsch ist das hier, oder? Schön idyllisch. Ich finde das schön. Na, Alice? Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja, richtig. Hallo. Ja. Hey Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja. Sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Alf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein bestes Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Ach du Barry. Du weißt doch, dass er dich alle fünf Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Hier wirst du trotzdem nicht machen. Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Hello darkness, my old friend. Ja. Das wird doch sicherlich sein.